Lieber Ladebalken, erst mal nett mit dir. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. So unglaublich viel Zeit. Du hast mir tolle Momente geschenkt. Immer wenn du da warst. Konnte ich auf der Toilette meine Comics zu Ende lesen, Kaffee kochen, oh, und meine Küche aufräumen. Ach, es war schön. Aber wir passen einfach nicht zusammen. Tschüss Ladebalken. Und hallo Zukunft. Deutsche Telekom. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.